Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Wer bringt uns zu Jesus? Der Heilige Geist. Er ist unsichtbar. Er ist derjenige, der zu unseren Herzen spricht. Unser Kopf macht sich viele Gedanken. Unser Kopf bereitet uns alle möglichen Probleme. Das ist typisch für den Kopf. Schalten Sie den Kopf mal ab und schalten Sie Ihr Herz ein. Ihr Herz glaubt. Ihr Herz erkennt die Wahrheit schneller als Ihr Kopf. Lange bevor Ihr Verstand aufholen kann, ist Ihr Geist bereits da. Ihr Herz ist bereits da. Deshalb erkennen Frauen Dinge oft schneller als Männer, weil sie sich tendenziell mehr am Herzen orientieren. Männer gehen nach dem Verstand. Die Ehefrau, ich habe bei dem und dem kein gutes Gefühl. Was soll das heißen, du hast kein gutes Gefühl? Der ist doch hochqualifiziert. Das ist der Verstand. Die Frau, ich weiß nicht, irgendwas an ihm ist faul. Ich kann es nicht genau sagen. Dann, einige Monate später, heult man sich die Augen aus, weil man eine Menge Geld verloren hat. Ich hätte auf dich hören sollen. Männer geben einen Haufen Geld für Seminare aus, bei denen ihnen das Gleiche gesagt wird, was ihre Frau ihnen kostenlos sagt. Deshalb hat Gott die Frau erschaffen. Gott erschuf den Mann und dann sagte Gott, Version 2.0 und so schuf Gott die Frau, richtig? Aber erst musste Gott den Mann zum Schlafen bringen, bevor er die Frau aus seiner Seite schuf. Sie kam nicht von seinem Fuß, er sollte sie nicht dominieren. Sie kam nicht von seinem Kopf, sie sollte ihn nicht dominieren. Sie kam von seiner Seite, zum Liebhaben. Aber Gott musste ihn erst einschläfern. Das erklärt, warum wir Männer sie, verehrte Damen, nicht verstehen können. Weil wir schliefen, als Gott sie schuf. Einmal hatte ein Ehepaar einen Streit. Und der Mann wurde so wütend auf seine Frau, dass er sagte, ich verstehe nicht, warum Gott euch Frauen so schön, aber so dumm gemacht hat. Sie entgegnete ganz einfach. Er hat uns so schön gemacht, damit ihr uns heiratet. Er hat uns so dumm gemacht, damit wir euch heiraten. Oh, der Witz hat Ihnen gefallen. Das ist Ihr Aussatz, der sich hier blicken lässt. Im Ernst jetzt. Als Gott den Menschen schuf, hören Sie zu, Gott schuf keinen kranken Menschen. Gott schuf keinen Menschen, der altern und sterben sollte. Gott schuf den Menschen, um ewig zu leben. Aber Gott gab dem Menschen eine freie Wahl. Auch Sie haben jetzt gerade eine freie Wahl. Sie können in diesem Moment alles Mögliche tun. Sie können Ihre Augen schließen und einschlafen. Einige von Ihnen fühlen sich da ganz frei. Sie können laut rufen. Sie können stillbleiben. Sie sind frei. Diese Freiheit nimmt Gott Ihnen nicht. Sie können Gott den Rücken zukehren. Alle, die in den Himmel kommen, haben dem Herrn zu danken. Alle, die in die Hölle kommen, haben sich selbst zu danken. Denn Gott schickt niemanden in die Hölle. Menschen schicken sich selbst dorthin, indem sie die Liebe Gottes ablehnen. Wie gesagt, Gottes Plan für die Menschen ist bereits ausgeführt worden. Jesus ist für uns gestorben. Jetzt zurück zur Reinigungszeremonie für die Aussätzigen. Der Aussätzige wurde gebracht. Wer bringt den Sünder zu Jesus? Der Heilige Geist. Hier steht, und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen. Sehen Sie, außerhalb des Lagers, da ist der Aussätzige. Das Lager ist der Ort der Gemeinschaft, der Ort für Familie, der Ort der Versorgung, der Ort, wo Gutes geschieht. Außerhalb des Lagers ist die Wüste. Außerhalb des Lagers ist keine Versorgung. Aber Jesus kam außerhalb des Lagers. Er verließ den Himmel, den perfekten Ort. Und er kam in diese Wüste, die sich Erde nennt, weil er den Menschen liebt. Beachten Sie, der Priester musste das Lager verlassen. Deshalb heißt es in der Bibel auch, dass Jesus außerhalb des Lagers starb, außerhalb der Tore Jerusalems. Hier in Hebräer 13 steht, dass Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores litt, außerhalb des Damaskustores in Jerusalem. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Wo ist er? Außerhalb des Lagers. Da ist Jesus. Und das Lager hier ist das Judentum. Jesus ist da draußen. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen. Zurück zur Reinigungszeremonie. Der Priester geht aus dem Lager, um den Aussätzigen zu untersuchen. Und wenn er nachsieht und findet, dass das Mahl des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist, so soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, zwei lebendige Vögel bringt. Sagen Sie, zwei Vögel. Er muss also zwei lebendige Vögel bringen, die rein sind. Zum Beispiel keine Raben. Raben galten als unrein, weil sie Aasfresser sind. Tauben hingegen galten als rein zur damaligen Zeit. Sie sind ein Bild für das vollkommene Werk von Jesus. Die Kreuzigung von Jesus ist quasi der eine Vogel, seine Auferstehung ist der andere Vogel. Jetzt schauen wir uns mal die Zeremonie an. Genauso wie der Priester zum Aussätzigen hinausging, ist Jesus für uns alle hinabgekommen. Und schauen Sie sich die Zeremonie an. Zwei Vögel werden gebracht und Zedernholz, Karmesin und Isop. Übrigens, Karmesin und Isop werden beim Kreuz erwähnt, nur Zedernholz nicht. Als Jesus für uns litt und die Römer ihn verspotteten, da legten sie ihm ein karmesinrotes Gewand um, nachdem sie ihn mit 39 Schlägen oder mehr gegeißelt hatten. Sein Rücken blutete und der Bibel zufolge hatte er eine einzige große Wunde, Singular. Das heißt, er hatte nicht mal einen Lappen Haut am Rücken übrig. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Während er blutete, legten sie ihm das rote Gewand über, ein feines Gewand, vielleicht aus Seide. Jetzt stellen Sie sich vor, das Blut trocknete und klebte an dem Gewand. Und dann rissen sie es ihm wieder ab. Grausam. Karmesin wird hier also erwähnt. Als er dann am Kreuz hing, sagte er, mich dürstet, und sie reichten ihm Isop in Essig getaucht. Auch Isop wird hier erwähnt. Und höchstwahrscheinlich war das Kreuz, an dem er starb, aus Zedernholz, das es damals in Galiläa und den Bergen von Judäa zur Genüge gab. Das ist also ein Bild vom Kreuz. Zwei Vögel. Der eine Vogel wird getötet, und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenes Geschirr über lebendigem Wasser. Die Anweisung hier lautete also, dass ein Vogel über fließendem Wasser getötet werden sollte. Das ist ein Bild für Gottes Heiligen Geist. In der Bibel steht, dass Jesus sich durch die Kraft von Gottes ewigem Geist als vollkommenes Opfer für unsere Sünden darbrachte. Jesus opferte sich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Vogel wird also über fließendem Wasser getötet. Und hier steht weiter, Den lebendigen Vogel aber, der andere Vogel, der nicht getötet wurde, soll man nehmen mit dem Zedernholz, dem Karmesin und Isop und es samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschächtet worden ist. Danach soll der Aussätzige mit dem Blut des toten Vogels besprengt werden, mit dem Holzgefäß. Wir alle sind wie Holzgefäße. Holz versinnbildlicht den Menschen, okay? Jesus kam als Mensch. Passen Sie auf. Der lebendige Vogel wird in das Blut des toten Vogels getaucht. Und was geschieht dann? Der Priester soll denjenigen siebenmal besprengen, der vom Aussatz gereinigt werden soll. Okay, komm her. Ich will das mal veranschaulichen. Das ist der Aussätzige mit einer Brille. Aussätzige können nicht gut sehen. Ich bin also der Priester, sagen wir, ich bin der Priester, okay? Ich nehme den lebendigen Vogel, tauche ihn in das Blut des toten Vogels und besprengen ihn siebenmal. Es gibt keine belanglosen Details in der Bibel. Selbst Zahlen haben eine Bedeutung. Und sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. In der Bibel symbolisiert die Zahl sieben Perfektion. Er besprengt ihn siebenmal mit dem Blut, mit dem Blut des toten Vogels, das nun auf dem lebendigen Vogel ist. Er besprengt den Aussätzigen damit. Und dann? Er soll ihn als rein erklären. Deshalb steht in der Bibel, dass Jesus die Aussätzigen reinigte. Nicht, dass er sie heilte. Er sagte, sei rein. Richtig? Der Priester soll ihn also für rein erklären. Und den lebendigen Vogel soll er in das freie Feld fliegen lassen. Danke. Er lässt den lebenden Vogel fliegen. Jetzt aufgepasst. Der Priester erklärt den Aussätzigen für rein. Die siebenfache Besprengung ist vollkommene Reinigung. Der Priester erklärt ihn für rein. Und lässt den lebenden Vogel in das freie Feld fliegen. Hören Sie, der lebende Vogel kann nicht freigelassen werden. Er kann nicht ins freie Feld fliegen, ehe der Aussätzige für rein erklärt ist. Jesus konnte nicht aus dem Kerker des Todes gelassen werden, ehe wir von Gott nicht für rein erklärt wurden. Die Tatsache, dass Jesus lebendig aus dem Grab kam, bedeutet, dass Gott uns gereinigt hat, dass Gott uns gerechtfertigt hat. Die Auferstehung von Jesus ist Gottes Bestätigung, eine göttliche Quittung sozusagen, dass unsere Sünden weggewaschen worden sind. Denn drei Tage zuvor trug Jesus ihre und meine Sünden an seinem eigenen Körper. Er haftete für unsere Schuld und dann wurde er in den Kerker des Todes gelegt. Kam er wieder heraus? Es war, als wenn der Tod und Jesus in die Schlacht zogen. Wer kam lebendig aus der Schlacht? Jesus kam heraus, der Tod nicht. Er hat den Tod besiegt. Von der Zeremonie können wir lernen, der tote Vogel ist ein Bild für den gekreuzigten Jesus. Der lebende Vogel, der in den Himmel fliegt, ist ein Bild für Jesus, der vom Himmel kam. Er starb für uns, aber der lebende Vogel zeigt, dass er für uns auch auferstanden ist. Als der Vogel wegflog, waren seine Flügel und Federn mit Blut befleckt. Als Jesus von den Toten auferstand und seine Jünger sich ängstlich im Obergemach versammelt hatten, da erschien Jesus mit einem Mal in ihrer Mitte. Und Jesus sagte, Shalom, Friede mit euch. Und dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Das ist wie die blutbefleckten Federn. Er zeigte ihnen den Beweis ihrer Vergebung, ihrer Reinigung. Er zeigte es ihnen. Und das ist die Grundlage, das feste, unerschütterliche Fundament für unseren Frieden. Wir haben Frieden mit Gott. Deswegen sind unser Herz und unsere Gedanken vom Frieden Gottes erfüllt. Amen? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Alles im Himmel ist von Gott gemacht. Nur eines nicht. Das einzig Menschengemachte im Himmel sind die Wunden von Jesus. Sie werden nie ganz heilen, diese Wunden. Sie werden immer bleiben, um uns Menschen in Ewigkeit zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Im Alten Testament gibt es eine Prophetie vom Propheten Zacharja, der beschreibt, wie Jesus nach Israel zurückkommt, zu seinem Volk in Israel. Und die Menschen werden ihn fragen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er wird antworten, die hat man mir geschlagen im Haus meiner Lieben. Was für ein ergreifendes Bild. Das einzig Menschengemachte im Himmel werden ewig seine Wunden sein, die von den Nägeln vernarbten Händen und die Wunde des Speers in seiner Seite. Symbole seiner Liebe für uns. Die Liebe Gottes, die er uns durch sein Sterben erwies. Freund, hören Sie genau zu. Der Vogel kann nicht freigelassen werden, ehe der Aussätzige für rein erklärt ist. Was bedeutet der auferstandene Christus? Dass wir rein sind. Christus auferstanden heißt, wir sind gerecht gemacht. Wir sind mit ihm gestorben, mit ihm begraben. Und jetzt sind wir auch mit ihm auferstanden. Wenn wir an das glauben, was Christus getan hat, ist unsere wahre Natur vor Gott, dass wir gerechtfertigt sind. Wir sind freigesprochen. Wir sind gerecht gemacht. Deshalb stand Jesus von den Toten auf. Wir denken, er sei von den Toten auferstanden, weil er Gottes Sohn ist und Gott seinen eigenen Sohn von den Toten auferweckt hat. Es stimmt zwar, Jesus ist Gottes Sohn, aber das ist nicht der Grund für seine Auferstehung. Er kam als Mensch und Gott musste ihn als Mensch behandeln. Er nahm unsere Sünden auf sich, doch Gott weckte ihn ohne unsere Sünden auf. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott sein Opfer angenommen hat. All unsere Sünden sind ein für allemal hinweggetan worden. Sodass Sie und ich jetzt den perfekten Stand und die Gerechtigkeit des auferstandenen Christus innehaben. Kann sich daran etwas ändern? Nie und nimmer. Daran ändert sich nie etwas. Es schwankt nie. Es ist vollkommen, so unveränderbar wie Jesus selbst. Aber Pastor Prince mögen jetzt einige Christen einwenden. Mein Verhalten und meine Natur, das ist doch alles noch ganz und gar nicht vollkommen. Ja, würde unsere Rechtfertigung auf unserer Leistung basieren, dann wäre sie so unvollkommen wie diese. Doch wir sind durch seine Gnade in dem auferstandenen Christus gerecht gesprochen. Wir werden nicht durch unser Verhalten gerecht. Ja, unser Verhalten passt sich immer mehr der Tatsache an, dass wir bereits gerecht sind. Ja, wir lernen, wer wir sind, aber wir können nicht ändern, wer wir sind. Und in Gottes Augen sind wir in Christus für rein erklärt. Wir sind gerecht. Wir sind freigesprochen. Entsprechend heißt es in Römer 4 von Jesus, ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Warum wurde Jesus ans Kreuz ausgeliefert? Wegen unserer Sünden. Um unserer Übertretungen willen. Warum wurde Jesus von den Toten auferweckt? Um unserer Rechtfertigung willen. Mir gefällt die sehr wortgetreue Bibelübersetzung von Young hier. Er wurde auferweckt, weil wir als gerecht erklärt worden sind. Ich liebe das. Da wir gerecht sind, können wir Gutes erwarten. Wir können erwarten, dass unser Herz Ruhe hat. Dass der Friede Gottes über unsere Emotionen herrscht. In unseren Gedanken, wo vorher Depressionen, Sorgen und Ängste herrschten. Wenn wir krank sind, können wir erwarten, dass unser Körper wieder gesund wird. Wir können Gutes für unsere Kinder erwarten. Beim Beten können wir erwarten, dass Gott uns erhört. Denn in der Bibel steht, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn wir in der Bibel lesen, dass Gottes Segnungen auf dem Haupt des Gerechten sind, dann können wir erwarten, mit Segen überhäuft zu werden. Und einige von Ihnen sind wirklich mit Segen überhäuft. Große Häupter großer Segen. Amen. Ha, wir müssen für Pastor Lawrence beten. Es gibt wirklich einen Vers, der sagt, Segnungen sind auf dem Haupt des Gerechten. Ein anderer Vers sagt, der Same, spricht die Kinder, der Same des Gerechten wird gerettet, wird beschützt, ist gesegnet. Das alles ist in dem Wort gerettet inbegriffen. Das heißt, selbst wenn unsere Kinder in Schwierigkeiten geraten, dürfen wir erwarten, dass sie gerettet werden. Aber das Problem ist, dass der Teufel uns einreden will, nein, nein, du bist nicht gerecht. Schau dir dein Verhalten an. Er weist uns auf unser Verhalten hin, auf unsere Gedanken, auf unsere Worte, auf unsere Emotionen. Das Leben mit Gott ist zwar auch ein Lernprozess. Unser Verhalten ist nicht perfekt und wir lernen immer mehr dazu. Aber davon hängt unsere Rechtfertigung nicht ab. Fakt ist, Jesus ist aus dem Grab gekommen. Das ist der Beweis, dass wir in dem auferstandenen Christus gerecht sind. Entschuldigen Sie mich, während ich mir selbst Amen zurufe. Amen. Lieben Sie Jesus nicht auch? Er hat das alles für uns getan. Gott liebte Sie schon lange, bevor Sie wussten, dass Sie geliebt sind. Gott sah Ihre Not schon lange, bevor Sie wussten, dass Sie eine Not hatten. Gott schickte Ihnen die Antwort schon lange, bevor Sie die Frage stellten. Gott liebte Sie schon lange, bevor Ihnen klar wurde, dass Sie geliebt sind. Freund, Sie sind nicht bloß ein Gesicht in der Menge. Das Buch der Offenbarung spricht davon, dass sich Menschen gegenseitig anhand von Zahlen identifizieren. Das erleben wir doch, oder? Nummer 23. Meine ist 45, also dauert's noch. Wir sind bloß noch eine Zahl. Sogar auf unserem Ausweis. Und das steht in der Bibel, in der Offenbarung. Vor 2000 Jahren hatte Johannes eine Vision von der Zukunft. Er sah voraus, dass Menschen anhand von Zahlen identifiziert würden. Aber wissen Sie was? Gott kennt ihren Namen. Mehr noch, Jesus sagt, der Vater hat die Haare auf deinem Kopf gezählt. Selbst wenn es null sind, er kennt die Zahl. Die Bibel sagt, das war ein schlechter Witz. Okay, tut mir leid. Er zählt die Haare auf ihrem Kopf. Er sieht, wenn ein Spatz vom Ast fällt. Er kümmert sich. Und er hört den Schrei Ihres Herzens, selbst wenn Sie kein Gebet haben. Er hört den Schrei Ihres Herzens. Die Sache ist die, wir sind gerecht. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir gerecht gesprochen sind. Mir gefällt, wie es der Apostel Paulus ausdrückt. Wenn es eine CD mit einer Predigt von Paulus gäbe, würden Sie sich die kaufen? Natürlich. Nun, die einzige Stelle, wo Wort für Wort festgehalten ist, wie Paulus das Evangelium verkündet, ist in Apostelgeschichte 13. Es gibt zwar noch eine andere Stelle, wo er einen Vortrag hielt, und zwar auf dem Ratshügel in Athen, aber da hatte er nicht die Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden, weil er unterbrochen wurde. Die Stelle, wo er das Evangelium klar und deutlich verkündet. Ist in Apostelgeschichte 13. In Antiochia, in Pisidien. Pastor Mark und ich waren schon dort. Es liegt in der heutigen Türkei. Wir waren dort in der Synagoge, wo Paulus diese Botschaft verkündete. Und zwar sagte Paulus dort, der aber, Jesus, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. Leichname verwesen. Jeder, der stirbt, fängt an zu verwesen. Staub kehrt zu Staub zurück. Das ist das unweigerliche Schicksal von Sündern. Menschen können noch so viel behaupten, ich bin kein Sünder. Die Folge ist trotzdem Staub. Aber es hat einen Menschen gegeben, dessen Leichnam nicht verwest ist. Dieser Jesus, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Achten Sie darauf. Der zweite Vers fängt mit so an. Anders gesagt, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, deshalb könnt ihr wissen, dass ihr in diesem Mann, Jesus, Vergebung für eure Sünden findet. Das ist eine bedingungslose Proklamation. Es ist ein freies Angebot. Hier gibt es keine Vorbehalte, außer zu glauben. Wir müssen nichts weiter tun, als zu glauben. Durch Jesus wird die Vergebung der Sünden verkündigt. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Das schließt auch die zehn Gebote mit ein. Sie sind gerechtfertigt. Wissen Sie, wie gerechtfertigt sie sind? Sie sind so gerechtfertigt wie Jesus, als er von den Toten auferstand. Die Stellung und Rechtfertigung des auferstandenen Christus ist genauso sicher wie unsere Stellung und Rechtfertigung in ihm. Kann irgendjemand den heiligen, auferstandenen Jesus verurteilen? Niemand. Genauso wenig kann jemand uns verurteilen. Deshalb sagt die Bibel, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist. Gott, der auch für uns eintritt. Freund, wenn der Vogel freigelassen wird, dann muss der Aussätzige, der Sünder, für rein erklärt worden sein. Jesus konnte aus dem Kerker des Todes nicht freigelassen werden, ehe Gott uns für rein erklärt hat. Für gerecht. Amen? Die Auferstehung ist also eine göttliche Bestätigung. In den Evangelien heilte Jesus verschiedene Menschen, auch Aussätzige. Einmal ging er in ein Dorf an der Grenze von Galiläa und Samaria. Dort standen zehn Aussätzige in einiger Entfernung. Sie trauten sich nicht, näher zu kommen. Und sie riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Und Jesus antwortete, geht und zeigt euch den Priestern. Moment mal, sie sind doch noch gar nicht gereinigt, oder? Eigentlich sollte man sich dem Priester am Tag der Reinigung zeigen. Aber Jesus sagte ihnen, während sie noch unrein waren, geht und zeigt euch den Priestern. Und in der Bibel steht, und das finde ich so gut, während sie gingen, wurden sie gereinigt. Sobald wir einen Glaubensschritt auf Gott zugehen, kommt Gott uns entgegen. Gott sagt uns, ich weiß, dass du noch nicht perfekt bist. Ich weiß, wenn du dich anschaust, siehst du noch immer deinen Aussatz. Aber während du zum Priester gehst, und vergessen Sie nicht, man geht nur zum Priester, nachdem man gereinigt ist. Während die zehn Aussätzigen auf dem Weg waren, wurden sie gereinigt. Einer kam zu Jesus zurück, nur einer von zehn, und gab Gott die Ehre. Er wusste, wer der wirkliche Priester ist. Es gibt noch eine andere bekannte Geschichte über einen Aussätzigen. Die ereignete sich direkt nach der Bergpredigt. Das liebe ich. Ich bin gerade aus Israel zurückgekommen, und vor nicht allzu langer Zeit gab Gott mir dort ein Aha-Erlebnis. Ein Aha-Erlebnis darüber, was sich direkt nach der Bergpredigt ereignete. Bestimmt kennen Sie alle die Bergpredigt, die Jesus vermutlich vor mehr als 10.000 Menschen hielt. In der Bibel steht, dass es eine große Menschenmenge war. Und in Matthäus 8 lesen wir, als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Wenn man sich heute diesen Berg der Seligpreisungen anschaut, ich weiß nicht, haben wir ein Foto davon? Der Berg der Seligpreisungen, wo Jesus seine Bergpredigt hielt. Wenn man dort heute hingeht, ist da eine Bananenplantage. Ich stelle mir gerne vor, wie diese ganzen Bananen Menschen sind. In der Bibel steht, dass Jesus sich zum Predigen hinsetzte. Er stieg auf den Berg, setzte sich und fing an zu leeren. Vermutlich setzte er sich auf einen der Felsen, die ich dort sah. Und dann fing er an zu leeren. Hinterher stieg er wieder vom Berg herab, wie hier in der Bibel steht. Früher hatte ich immer gedacht, dass er hier lang runterging, wo die Menschen waren, wo die Bananenplantage heute ist. Aber wie konnte ihm die Menge dann folgen? Hier steht ja, dass sie ihm den Berg herab folgte. Offensichtlich ging er in die andere Richtung herunter, und zwar hier lang. Die Menschenmenge war ihm also auf der Seite gefolgt. Und das führte zum nächsten Ereignis, wo Jesus den Diener eines Hauptmanns in Kapernaum heilt. Denn dieser Weg führt direkt zur Stadt Kapernaum. Auf dem Weg dorthin begegnete er dem Aussätzigen. Der Aussätzige kann nicht unter der Menschenmenge gewesen sein, weil er dort nicht sein durfte. Er wäre gesteinigt worden. Offensichtlich war er woanders gewesen, und er kam aus der entgegengesetzten Richtung. In der Richtung stieß ich auf einige Felsen, und mit einem Mal malte Gott vor meinem inneren Auge aus, was dort passiert war. Der Aussätzige hatte sich da wahrscheinlich versteckt und von dort aus der Predigt gelauscht. Und in der Bibel steht, Hier haben wir das Foto von der Bananenplantage, wo die Leute waren. Zurück zu Matthäus 8. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an. Der Aussätzige hatte gar nicht um eine Berührung gebeten, aber Jesus berührte ihn von sich aus. Wir wissen nicht, wie lange dieser Aussätzige ohne eine menschliche Berührung gelebt hatte. Aber Jesus berührte ihn. Wissen Sie, wenn Jesus unsere Bitten erfüllt, dann erfüllt er sie nicht nur, sondern übererfüllt sie. Amen? Ich bat Gott um eine Lebenspartnerin, er gab mir Wendy. Ich bat Gott um einen einfachen Dienst, eine Gemeinde, und Gott gab mir sie alle. Gott übererfüllt unsere Bitten immer. Passen Sie auf, was Sie von Gott erbitten. Besonders wenn Sie gerecht gesprochen sind, werden Ihre Gebete mehr als erhört. Nicht jedes Gebet, das heute von der Erde gen Himmel steigt, wird erhört. Aber Gott erhört Ihre Gebete, weil Ihre Gebete die Gebete eines Gerechten sind. Deswegen sind einige von Ihnen manchmal verwirrt. Sie denken, oh, heute habe ich es nicht verdient, gesegnet zu werden. Und gerade dann bekommen Sie den dicksten Segen. Warum? Weil er nicht auf Ihrer Leistung basiert. Er basiert auf der Tatsache, dass Sie in dem auferstandenen Christus sind. In ihm sind Sie gerechtfertigt. Hier steht weiter, Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, Ich will, sei gereinigt. Und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein. Ich bin froh, dass sein Aussatz sofort gereinigt wurde, weil die Menschenmenge Jesus folgte. Als er den Aussätzigen erreichte, da war er kein Aussätziger mehr. Deswegen musste er auch nicht mehr gesteinigt werden. Nachdem wir einmal für gerecht erklärt worden sind, kann selbst Gott uns nicht mehr bestrafen. Hören Sie? Weil die gesamte Strafe an Jesus Christus vollzogen ist. In der nächsten Sendung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Heute sind Sie in Gottes Augen genauso gerecht, wie Jesus ist. Sie sind so gerecht, wie das vollendete Werk von Jesus Sie machen kann. Amen? 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 Amen?